Hi du Zuckerschnute hinter dem Handy, der Kamera des Lebens, des Lichtes, der Sonne. So, mit Bonzo, mit der Clubbusters und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute machen wir ein Video, was wir auf 8 Minuten strecken werden. Und ich weiß nicht, was ich heute machen soll, denn wir spielen keinen Fortnite, sondern wir strecken einfach ein Video. Deswegen strecken wir jetzt einfach, indem ich mich im Preis dreh und weiß ich nicht. Und vergesst nicht, ein Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Und let's go. Wir strecken das Video, wir strecken das Video, wir strecken das Video. Wir drehen uns im Kreis, ich liebe mein Leben. Wir drehen uns und strecken das Video, wir strecken das Video. Oh, und ich hab mir Yu-Gi-Oh! Karten gekauft. Wir strecken das Video. Ich glaub, wir haben wir 8 Minuten geschafft. Haben wir's, haben wir's geschafft auf 8 Minuten? Nee? Regi? Nee? Wir haben grad mal nur eine Minute. Ja, Freunde, ich hab mich gerade gedreht und wir sind nicht auf 8 Minuten, noch nicht. Aber ich würd' mal sagen, was passt nicht besser als ein Song für die 8 Minuten? Ich würd' mal sagen, wir singen über... Karotten! Okay, los geht's. Beat rein. Ich hab Karotten in dem Garten, wie kleinen Osterhasen. Komm, essen. Rum, rum. Die was machen? Die Osterhasen, die essen. Rum, rum. Wir strecken das Video auf 8 Minuten. Jeder, der das Video anschaut, wird ein bisschen vielleicht verblödet sein, so wie ich, aber das ist doch gar kein Problem. Das war der 8 Minuten Song über Karotten und wir strecken das Video auf 8 Minuten. Und ich würd' mal sagen, was können wir noch machen? Wir können mit meinem Drucker reden. Drucker, wie geht's dir heute eigentlich? Ja, bitte, 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 bitte. Freunde, was mach ich hier für ein Video eigentlich? Ich streck einfach ein Video für 8 Minuten. Ich würd' mal sagen, wir blenden jetzt hier einfach mal... Arabische Werbung ein oder so. Bis gleich. Abenteuer, wie geht's dir? Du bist ein Romanzier? Du bist ein Romanzier. Ja Freunde, willkommen zurück bei bei der Streckungsfabrik denn wir strecken das Video auf 8 Minuten ja ich weiß echt nicht was ich machen soll ich könnte vielleicht mit meinem Stuhl rutschen wuh oder vielleicht auch nicht ja wir strecken das Video auf 8 Minuten Hashtag wir strecken das Video auf 8 Minuten in den Kommentare bitte damit wir für den Algorithmus endlich mal wieder Klicks machen und Geld machen, dass ich mir irgendwas cooles leisten kann Hi es geht weiter mit dem Streckungsvideo Freunde, ich habe keine Ahnung warum ich dieses Video aufnehme aber ich habe es im Hide & Seek gestern gesagt falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann checkt das gestrige Video ab aber ich glaube ihr habt das alle gesehen und wir strecken einfach das Video auf 8 Minuten ich weiß halt wirklich nicht wie wie streckt man ein Video auf 8 Minuten perfekt ich glaube Charmy versuch einfach irgendwas zu strecken laber auch mal was rein so weißt du kannst du mir einen Song machen machen wir einen 8 Minuten Song strecken das Video auf 8 Minuten ja Freunde wir strecken immer noch das Video auf 8 Minuten ich weiß wirklich nicht wie streckt man richtig Katzenvideos haben wir Katzenvideos? dann blenden wir jetzt hier noch ein Katzenvideo ein dann blenden wir jetzt hier noch ein Katzenvideo ein 8 Minuten ok Freunde wir haben einen Song wir haben Katzenvideos, wir haben arabische Werbung ich glaube was auch noch cool ist ist einfach ein Ventilator das Video auf 8 Minuten Freunde ich weiß auch wie wir noch strecken könnten wir könnten Werbung machen für mein Merch deswegen checkt Lolingo aus unten in der Infobox Freunde für mein wunderschönes Bandana und meine T-Shirts und Pullis die mir alle nicht mehr passen weil ich zu fett geworden bin und ja deswegen kauft euch mein Merch damit ich wieder reich bin ja strecken das Video auf 8 Minuten 3 Minuten was kann man denn noch machen also wir haben einen Song, wir haben Katzenvideos wir haben arabische Musik äh arabische Nachrichten dann haben wir noch einen Ventilator was haben wir noch? wir brauchen einen Black Screen wo mein Cutter einfach irgendwas hinschreibt Kata das ist jetzt dein Job schreib einfach irgendwas hin irgendwas lustiges oder so oh du Mann ist dünn damit das Video noch lustig wird dann würde ich sagen machen wir jetzt noch ein paar Witze warum hat eine Blondine eine Autotür in der Wüste mit damit es die Fenster runter machen kann weil es zu heiß ist Ich bin 23 Jahre alt ich rede mit meiner Kamera bin alleine in meinem Raum und versuche ein Video zu machen wo ich nach 8 Minuten strecke falls ihr auch noch ein Video haben wollt wo ich auf 10 Minuten strecke dann lasst gerne ein Like da ich würde mal sagen wir machen das bei 5000 Likes machen wir ein Video wo wir auf 10 Minuten strecken und dann immer weiter und weiter bis wir bei 5 Stunden oder so sind tschüss dann mach ich einen Film oder so strecken das Video auf 8 Minuten Junge ich hab ein Ohrwurm von dem Scheiß Lied wir machen noch ein Lied auch ein Lied ist doch cool ok bist du bereit? Beat an Autotunen ja und los strecken das Video mit Odo Maran er ist ein fettes Kind er streckt das Video denn er ist so dick er will einfach nur Geld wir strecken das Video auf 8 Minuten Gitarren Solo Ok Freunde wir sind mittlerweile RoCut auf 8 Minuten aber ich glaube das reicht noch nicht weil wir müssen noch ein paar Sachen cutten deswegen warte ich mach einfach das Video jetzt aus und dann strecken wir das Video was wir eigentlich strecken wollten BigBrain tschüss ich hoffe das hat euch gefallen lasst ein Like und ein Abo da und wir strecken jetzt einfach weiter tschüss und zupf das ist wür carrot Bis zum nächsten Mal.